Hallo und herzlich willkommen zu Spirituell und Erfolgreich, der Podcast für Deinen Herzensweg. Mein Name ist Robby Altwein und ich freue mich riesig, dass Du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich mir Dir über die Sterne vom 27.7. bis 2.8.2020 sprechen. In der neuen Woche wandert die Sonne durch das Zeichen Löwe. Und jetzt gilt es, diese Löwe-Energie zu leben, diese Löwe-Energie zu integrieren. Und die Energie des Löwen ist Selbstausdruck, also zeige Dich, wie Du bist. Man kann auch sagen, zeige Dich, wie Du sein willst. Denn oft sind es unsere Wünsche und Visionen, die wir von uns und unserem Leben haben, das Eigentliche, was in uns drin liegt. Also jetzt geht es darum, dass Du von innen nach außen lebst, dass Du Deine Kreativität, die in Dir verborgen ist, dass Du die erkennst, annimmst und lebst. Und damit meine ich jetzt nicht nur ästhetische Gaben, sondern alle Gaben. Alle Gaben, die da in Dir stecken, die darfst Du jetzt entdecken, teilen, leben. Lebe Deine Kreativität. Wir sind Kreaturen. Wir sind kreativ. Wir haben so viele Gaben in uns. So viele Schätze. So viele Reichtümer. Man kann auch sagen, jetzt gilt es darum, dass Du das Leben lebst, was Du wirklich leben willst. Dass Du das tust, was Du wirklich willst. Viele Menschen tun eben nicht unbedingt das, was sie wirklich wollen. Sie leben ein Leben, was sie vielleicht von ihren Eltern vorgelebt bekommen haben. Viele Menschen leben ein Leben der Sicherheit, der Gewohnheit. Sie leben das, weil sie es schon immer so gelebt haben und weil es ihre Eltern auch so gelebt haben. Und man macht das jetzt so. Man steht morgens auf, geht arbeiten, verbringt dann seine Freizeit mit Familie oder Partner, Partnerin. Und abends geht man wieder schlafen und nachts träumt man und wünscht sich vielleicht, wenn man dann wach ist, wünscht man sich, ich würde so gern das und das tun. Und das ist schade, denn deine Träume sind Wegweiser. Und solange Du nicht wirklich Deine Träume als Wegweiser erachtest, wirst Du weit unter Deinen Möglichkeiten leben. Die meisten Menschen leben immer wieder das Gleiche. Sie wiederholen das ständig. Sie probieren nichts Neues aus. Sie leben das Leben, was sie gestern gelebt haben. Aber die Frage ist, willst Du das wirklich? Wenn ja, dann ist super. Dann ist alles super. Wenn es aber dann noch was anderes gibt, wenn Du sagst, nein, eigentlich will ich wirklich was anderes. Eigentlich würde ich noch das und das. Dann kannst Du das jederzeit ändern. Jederzeit bedeutet jetzt. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo Du von innen nach außen leben darfst. Was ist damit gemeint? Von innen, in Dir ist der Traum und den sollst Du rausbringen. Die meisten Menschen leben von außen nach innen. Sie schauen, was da draußen ist und die Eltern haben das so gelebt, also lebe ich das auch so und alle leben das so, also lebe ich das auch so. Sie leben von außen nach innen. Und dadurch lebt der Mensch weit unter seinem Potenzial. Sein Potenzial bleibt in ihm verborgen. Aber Löweenergie heißt, raus mit Deinem inneren Reichtum. Teile Deinen inneren Reichtum. Sei ganz wie die Sonne, so wie die Sonne aus sich heraus strahlt. Und für uns Menschen jetzt am Himmelsfirmament ganz deutlich sichtbar ist und uns versorgt mit Licht, mit Wärme, mit dem, was wir zum Leben brauchen. So darfst Du jetzt Sonne sein. So darfst Du jetzt leuchten. So darfst Du jetzt scheinen. Lebe von innen nach außen. Lass Dein Licht leuchten. Ja, lass Dein Licht leuchten. Strahle in die Welt. Jeder trägt Talente und Gaben. Und Du hast sie bekommen, um diese zu leben. Du hast sie bekommen, um Dein Leben zu verbessern, zu verschönern. Weil wenn wir Talente leben, das ist automatisch Freude auch in unserem Leben. Aber andererseits hast Du diese auch bekommen, um anderen Menschen diesbezüglich zu helfen. Und damit Du auch eben Deinen inneren Reichtum in äußeren Reichtum verwandeln kannst, sind Deine Gaben ein ganz wichtiger Schlüssel. Du hast Deine Gaben bekommen, um das Leben Dir angenehm zu machen, um Deinen inneren Reichtum in äußeren Reichtum zu verwandeln. Lebst Du Deine Gaben, kann man sagen, wird Dein Leben einfacher, wird Dein Leben voller, wird das erfüllter, wird das schöner. Teile Deinen inneren Reichtum. Das ist Sonne im Löwen. Sonne im Löwen bringt Deinen inneren Reichtum nach außen. So wie die Sonne ihre Energie nach außen strahlt und die Planeten und alle Lebewesen, die auf dem Planeten leben, mit Sonnenlicht versorgt, So darfst Du jetzt Dein Licht leuchten lassen. Das ist die Energie des Löwen. Du hältst nichts zurück, sondern Du strahlst von innen nach außen. Du lebst Dich selbst. Es gibt noch eine zweite Facette. Sonne im Löwe. Sonne im Zeichen Löwe steht für die Entfaltung von Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein entsteht, wenn das Selbst bewusst wird. Wenn die Gaben, die Talente, die Stärken, erkannt werden und gelebt werden und geteilt werden. Und je mehr Du Deine Gaben lebst, desto selbstbewusster wirst Du. Weil wenn Du Deine Gaben lebst, da kommt so viel zurück. Wenn Du Deine Gaben lebst, diese teilst und Deinen Mitmenschen zur Verfügung stellst, unentgeltlich oder eben auch in der Berufung. Beides ist sehr, sehr, sehr gut. Wirst Du auf jeden Fall Feedback bekommen, so in der Art wie, wow, klasse, das hat mich so enorm weitergebracht. Wow, wie sehr bereicherst Du die Welt. Wow, ich bin so froh, Dich getroffen zu haben. Das ist richtig genial. Ja, das passiert, wenn Du Deinen inneren Schatz teilst. Dann wirst Du wahrgenommen als jemand, der wirklich einen ganz wertvollen Beitrag leistet. Also Sonnenlöwe geht es um die Entfaltung von Selbstbewusstsein. Aber ich möchte auch noch eine andere Facette von Selbstbewusstsein ansprechen. Nicht nur, dass wir unseres persönlichen Selbst bewusst werden, sondern es kann auch tiefer gehen, dass wir auch unserem transpersonalen Selbst bewusst werden, unserem höheren Selbst bewusst werden. Wenn Du im Frieden mit Dir bist, wenn Du mit Dir im Einklang bist, wenn Du mit dem Leben im Einklang bist, erwacht immer mehr ein Ich-Bin-Bewusstsein. Ein reines Bewusstsein, was ohne Identifikation ist, das sich als Bewusstsein wahrnimmt. Einfach als Sein. Ja, als ein Bewusstsein. Und das geschieht, wenn Du Deinen Impulsen folgst. Weißt Du, Dein höheres Selbst will sich im Leben verwirklichen. Es will sich Dir zeigen. Es will bewusst werden. Alles, was Du tun brauchst, ist den inneren Impulsen folgen. Das machen die meisten Menschen nicht. Da sind innere Impulse da, aber kann ich das jetzt? Mache ich das jetzt? Will ich das jetzt? Und sie verhindern, dass sich das Höhere Selbst verwirklicht, weil sie einfach diesen Impulsen nicht folgen. Je mehr Du aber Deinen inneren Impulsen folgst, Deinen Träumen, Deinen Wünschen, Deiner inneren Stimme, desto mehr verwirklicht sich der Plan. Jeder Mensch hat einen Plan und der verwirklicht sich von selbst, vorausgesetzt, Du folgst den inneren Impulsen. Oder anders gesagt, je mehr Du den inneren Impulsen folgst, desto leichter wird sich der Plan verwirklichen. Dein Seelenplan, Deinen schöpferischen Plan, den Du vor Deiner Inkarnation gewählt hast. Das ist jetzt kein Plan im Sinne, dass man 1, 2, 3, 4 tut und nur diese 1, 2, 3, 4 und in dieser Reihenfolge. Sondern er ist viel kreativer, er ist viel offener, er ist viel interaktiver im Sinne, dass da auch verschiedene Möglichkeiten und Potenziale zur Auswahl stehen. Dass eben verschiedene Möglichkeiten realisiert werden können. Aber es geht immer darum, seine Kraft zu leben, seine Kraft zu erkennen, seine Kraft zu teilen. Und da ist eben die Sonne im Löwe-Zeit eine ganz, ganz wichtige. Weil wir hier eben erkennen können, dass wir eine Sonne sind. Dass wir hier eben Licht reinbringen in unserem Leben, Licht reinbringen in unser Wesen. Und das Wichtige ist, dass wir eben, wenn Impulse kommen, diese nicht anzweifeln, nicht hinterfragen, sondern einfach folgen. Die inneren Impulse, die Wünsche, die Träume, die innere Stimme. Das ist im Grunde stets ein Wegweiser, wenn wir unseren Lebensplan verwirklichen wollen, wenn wir unser höheres Selbst verwirklichen wollen. Sollten wir diesen Impulsen folgen. Ja und ich kann dir nur sagen, wenn du deinen Impulsen folgst, wirst du immer mehr Liebe erfahren. Immer mehr Liebe leben, immer mehr Freude, Mut, Tatkraft. Es geht um Verwirklichung, es geht um Manifestation, es geht um eine magische Mission. Weißt du, wir sind auf einer Mission. Wir sind hier, weil wir helfen, die neue Erde zu realisieren. Wie Novalis schon sagte, der transzendentale Romantiker, dieser magische Romantiker. Zur Bildung der neuen Erde sind wir gekommen. Vor 220 Jahren hat er das angekündigt und jetzt wird es Realität. Zur Bildung der neuen Erde sind wir gekommen. Ein neuer Geist, ein neues Bewusstsein, ein neues Miteinander, eine neue Gemeinschaft will sich manifestieren. Das Licht des Friedens, das Licht der Liebe. Und wenn du das Leben nicht lebst, was du wirklich willst, bist du im Konflikt mit dir selbst, mit deinem wahren Selbst. Im Grunde genommen kann das nur geschehen, wenn wir Ausreden haben. Und das, weißt du, wenn du das Leben nicht lebst, was du wirklich willst, hast du Ausreden. Und das musst du erkennen. Die meisten Menschen leben mit Ausreden. Manche sagen, nein, ich habe keine Ausrede, das ist echt, ich will ja, aber... Ja, ich kann nicht. Ich kann wirklich nicht, weil... Und sie erkennen nicht, dass sie in der Ausrede leben, in der Entschuldigung, im Opfermodus, im 3D-Modus. Sie verneinen ihre wahre schöpferische Kraft. Denn die wahre schöpferische Kraft ist, ich kann, ich will, ich mache, ich bin. Denn manche werden sich ihrer Ausreden als solche bewusst. Und die haben natürlich die riesige Chance, dann diese Ausrede aufzulösen und in ihre Kraft hineinzugehen. Ausreden sind destruktive Gedankenmuster, die das Leben einschränken. Ja, die das Leben drastisch beschränken. Die das Leben deiner Träume dir klauen, kann man sagen. Und was sind Ausreden? Im Grunde alle Dinge wie, ich kann nicht. Ich kann nicht, weil ich zu jung bin. Ich kann nicht, weil ich zu alt bin. Ich kann nicht, weil ich einen Partner habe. Ich kann nicht, weil ich keinen Partner habe. Egal wie die Dinge sind, es wird immer als Begründung genommen, warum ich nicht kann. Ich kann es mir nicht leisten. Ich bin nicht gut genug. Und so weiter und so fort. Da gibt es so viele. Warum lebst du das Leben deiner Träume nicht? Mach ich doch. Macht riesen Gaudi. Riesenfreude. Dann ist alles super. Aber wenn du sagst, ja, ich kann nicht, weil... Erkenne, dass es eine Ausrede ist. Und solange du diese Ausrede nicht als solche entlarvst und neutralisierst, lebst du nicht deine wahre Kraft. Du entscheidest dich in dem Moment eben, aus dieser Löwe-Energie herauszugehen. Weil Löwe heißt, ich lebe von innen nach außen. Ich lebe meinen Traum. Und da gibt es nichts, was mich aufhält. Nichts, was mich stoppen lässt. Ich lebe von innen nach außen. Mein Traum ist stärker als jeder Umstand. Als alles, was da draußen sich als Widerstand zeigt oder zeigen könnte. Und wenn du das lebst, super, dann kann ich dir sagen, dann wirst du jetzt immer mehr in deine Kraft hineinkommen. Du wirst das Leben deiner Träume manifestieren. Du wirst mega erfolgreich und du wirst auch gesegnet mit Fülle, mit Geld, mit Wohlstand, mit Reichtum. Mit Freude, mit Liebe, mit allen guten Gütern, die das Universum für dich bereithält. Denn der Weg ist immer, von innen nach außen zu leben. Deswegen mein Tipp, nimm dir Zeit für dich selbst, mach dir klar, was du wirklich willst und stell diese Dinge an die erste Stelle und sag, das ist das, was ich jetzt realisiere. Das Universum zeigt mir Wege, wie ich meine Träume und Wünsche jetzt leben kann. Das Universum zeigt mir jetzt Wege, dass ich meine Kreativität immer mehr erkenne, dass ich meine Gaben und Stärken immer mehr erkenne, annehme und lebe. Denn ich bin so gedacht vom Universum, so erschaffen worden und ich lebe das jetzt. Und wenn du das lebst, dann beginnt ein neues Leben für dich. Und darum geht es ja in diesem 2020er Jahr um eine Neugeburt. Denn die neue Erde wird jetzt geboren. Und sie braucht, sie wünscht sich von uns, dass wir mitgehen. Sie braucht diese Geburt, diese Neugeburt des Menschen. Deine Neugeburt. In diesem Sinne wünsche ich dir mega viel Spaß und trau dich. Für das Erste sind wir ans Ende angekommen, aber wenn du noch mehr Unterstützung möchtest, empfehle ich dir meinen Instagram-Channel. Dort bin ich täglich aktiv und poste Inspirationen des Universums. Aber auch auf Facebook findest du diese. Du kannst ja auch meine Meditation zur Verbindung mit dem wahren Selbst dir downloaden und dir täglich anhören. Und so wirst du auch immer mehr und immer mehr deinen Lebensplan erkennen und verwirklichen, wenn du den Impulsen folgst. Und auf robbyaltwein.com findest du diese Meditation. robbyaltwein.com Und ich möchte noch eine zweite Meditation ans Herz legen. Eine Meditation, die dir hilft, deinen inneren Reichtum zu entdecken, zu entfesseln. Dass du Füllebewusstsein entwickelst. Die findest du auf conni-und-robby.de. Da wird es auch in dieser Woche einige Fülle-Trainings geben. Trag dich in den Newsletter ein. Wenn du noch nicht eingetragen bist, dann wirst du eingeladen von uns. Wir starten ja am 3.8. mit unserem neuen Programm Money Power. Und da sind schon so viele Teilnehmer reingekommen, die einen Durchbruch hatten, obwohl der Kurs noch gar nicht begonnen hat. Der Kurs beginnt eigentlich erst ab 3.8. Aber wir haben da eine Meditation, die jetzt schon verfügbar ist. Und die Teilnehmer, die sich die Meditation angehört haben, die sind einfach baff. Ich selbst bin mega begeistert. Als ich das erste Mal diese Meditation gehört habe, vor zwei Wochen, habe ich gleich gespürt, wow, das ist so genial, was die Conny hier kreiert hat. Und es ist echt verrückt. So viele Teilnehmer haben jetzt schon, jetzt schon finanzielle Durchbrüche, obwohl dieses Programm noch gar nicht begonnen hat. Einfach nur, weil sie eben in dieses Programm hineingekommen sind und diese Reichtumsenergie dadurch einfach auch in den Fluss gekommen ist, aktiviert sich hat. Und die Meditation hat sicher da auch einen ganz, ja, ganz spannenden Effekt, weil sie wird dir helfen, dass Blockaden aufgelöst werden. Aber davon wird es noch mehr geben. Wenn dich das interessiert, schau mal auf Conny und Robby Money Power beziehungsweise hör dir auch oder schau dir auch unsere Trainings an, die wir jetzt in den nächsten Wochen oder in den nächsten Tagen besser gesagt, ja, in den nächsten Tagen geben. Kostenfrei. Die sind richtig der Hammer. Die Teilnehmer sind alle so geflasht und sagen, wow, solche klasse Webinare, die bringen mich weiter. Und diese Webinare, die wir jetzt veranstalten, die sind kostenfrei. Kostenfrei. Schau dir gern diese Webinare an und wie gesagt, wenn du Interesse hast, noch tiefer mit uns zusammenzuarbeiten. Ab 3.8. beginnt unser Programm Money Power. Falls du Fragen hast, kannst du mir auch gern eine E-Mail schicken oder eine Nachricht senden. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat hier, heute hier, dann hinterlasse mal einen Kommentar. Ich freue mich über deinen Kommentar. So unterstützt du diesen genialen Podcast, dass auch andere den noch hören werden. Denn jeder Kommentar sorgt dafür, dass das Video höher gerankt wird. Deswegen danke ich dir für deinen Kommentar. Danke ich dir für deine Unterstützung. Wenn du eine Anregung, einen Wunsch hast, eine Frage hast, kannst du auch gern reinschreiben. Ich danke dir für deinen Kommentar. Und wenn du deinen Daumen hoch auch noch gibst, das ist ja der Oberhammer. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir für deine Geduld, für deine Aufmerksamkeit, für dein Vertrauen, für deine Hingabe, für deine Liebe. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Und eins noch wie immer, folge deinem Herzen. Mach's gut, alles Liebe, ciao. Tschau. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020